ARD Text im Auftrag von Funk Wie ist deine Mannschaft heute? Einen guten Zusammenhang? Ja. Ja? Gut. Wer ist jetzt alles im Sturm? Du? Ich bin ein Punkt. Drei? Drei Stürmer? Ich auch. Du auch? Vier Stürmer? Und er schiess am meisten voll? Das hätte aber etwas nicht gewonnen. Ich hätte das noch nicht gewonnen. Nein, für alle. Wer hat jetzt? Einmal habe ich ein paar Eiermeister. Aber die anderen meisten nicht. Die anderen nicht. Nur eine ist die vierte Mal. Wer hat die meisten geschossen die ganze Saison? Immer noch du mit vier? Nichts? 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 Drei? Gut. Ich habe vom Hockey eine Juniorer Challenge. Jetzt habe ich mir auch für euch eine Challenge. Ich mache das ganze Schnapper. Muss ich? Ohne jetzt eine Dinde nicht? Ich habe das ganze Schnapper. Ich habe das ganze Zeit. Eigentlich bin ich. Ich bin schon die vierte Mal. Und zwar... ...dann ich die vierte Mal. Ich bin schon mal klar. Untertitelung des ZDF, 2020